Oh nein, was war das für ein Knall? Da muss ich mal schnell nachgucken gehen. Oje, hier ist ein Unfall passiert. Ich muss sofort die Feuerwehr anrufen. Hallo, sind Sie ansprechbar? Ja, gut. Ich rufe die Feuerwehr. Ich gucke aber erstmal, was hier noch passiert ist. Ei, ei, ei. Er hier ist in den See gefahren. Vielleicht war er ja betrunken. Naja, ich weiß es nicht. Und er hier, äh, weiß ich nicht, was mit ihm ist. Hallo, sind Sie ansprechbar? Ja, okay. Ich gehe erstmal ins Haus und rufe die Feuerwehr. Wo habe ich denn mein Handy? Hier ist es nicht. Ach, da vorne auf dem Couchtisch liegt's. Dann rufe ich mal die Feuerwehr. Guten Tag, Feuerwehrnotruf. Was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag. Mein Name ist Herr Müller. Hier vor meiner Haustür ist ein schwerer Unfall passiert. Mit drei Fahrzeugen. Einer davon ist ein LKW mit Anhänger. Ist jemand verletzt? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Ich stelle mich an den Straßenrand, damit Sie mich sehen können. Okay. Wir kommen sofort vorbei. Feuerwehreinsatz. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bekommen wegen einer besseren Aussicht, also einen besseren Überblick zu haben. Erstens für uns, die Feuerwehr und für die Kollegen der Polizei, falls sie da nochmal irgendwas ermitteln müssen. Die Mods und die Luxuswäler könnt ihr euch downloaden. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch auch die meisten Mods in die Videobeschreibung, wenn ich die Mods halt noch finde, weil es schon ein bisschen her, bis wann ich die mehr gedownloadet habe. Weil die meisten Mods sollte ich finden. Das dürfte kein Problem sein. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal für mehr solche tollen Videos und dann haut rein. Ciao. Jetzt nochmal beenden.